habe ich schon hat jetzt gar nicht gespeichert willkommen zurück zu command and conquer einsatz auf jeden fall gespeichert ich war mir gerade nicht sicher ob ich schon speichern gedrückt haben gut dann lassen wir kurz die schiffe kurz reparieren wird repariert so siehst du dann doch ganz viele marine einheit verlob marina einheit verlob so ja bestätigt ja städt städt melde mich wie befohlen ja melde mich wie befohlen hier ein unser stützpunkt so direkt rein wird gebaut so wie ihr oben seht die punkte werden schon mehr wir fangen direkt an den bauch unter beschuss zu nehmen damit er nicht auf die idee kommt hier irgendwas komisches zu bauen so so damit ist er besiegt abgeschlossen wird gebaut ach brauche ich gar nicht gestoppt so das war's jetzt kratzen wir noch die restlichen einheiten zusammen dann brauchen wir aber noch eine erzweifung jetzt sage ich leider keine v2 werfe abwohlen wird repariert einheit repariert wird gebaut ja in ordnung einheit bereit wird verarbeitet konstruktion abgeschlossen wird repariert so ja in ordnung so damit ist dieses thema auch erledigt wo ist denn was da also nur mit den lufteinheiten da komme ich mit dem schiefen wahrscheinlich nicht so ganz hinterher neue bauoptionen ja gott sei dank ich bin vor zwei raketenwerfer damit kann ich dann die sachen hier unter beschuss nehmen dann bauen wir mal fünf stück machen wir einen transporter voll damit unser stützpunkt wird angegriffen einheit bereit 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 ja sir bestätigt wird gebaut einheit bereit konstruktion durchgeschlossen einheit bereit ihr einsatzfahrzeug so danke und einmal wo sind denn die transporter da ihr einsatzfahrzeug in ordnung gut dann bauen wir ein paar zerstörer noch eine stunde noch 60 mit entweder sagt er noch 60 Minuten oder noch eine stunde oder er sagt gar nichts ich sage ich denke mir sagt gar nichts einheit bereit na was sagt er wird gebaut hier einsatzfahrzeug und 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 was sagt er was sagt er was sagt er bestätigt einheit bereit wird gebaut gar nichts hat er gesagt und es ist verschluckt worden dadurch dass er gedacht hat wird gebaut ihr einsatzfahrzeug so bestätigt einheit bereit zwei panzer dahin wird gebaut das war da eben die gebäude auseinander nehmen einheit bereit erwarte ihre befehle bestätigt gebaut na komm du da hin einheit bereit erwarte ihre befehle bestätigt und du nimmst das unter den Schuss einheit bereit einheit bereit in Ordnung na warte ihr bestätigt ja gut melde mich in Ordnung naja jetzt können wir auch theoretisch schon die helipots bauen die stützpunkt wird angegriffen wieso ach so den mig wird repariert erwarte ihr befehle bestätigt konstruktion abgeschlossen neue bauoption wird gebaut mal eben alle nachleihen lassen guck mal an gucke mal an was haben wir denn das schönes konstruktion abgeschlossen das ist ja mal interessant das haben jetzt habe ich auch was noch eingeführt dass wenn alle gebäude zerstört sind dass die u-boote dann auftauchen das ist auch fair weil das weil man ätzende sache die u-boote zu suchen schießt doch wieso schießt du nicht so heliport wird gebaut marineeinheit verloren konstruktion abgeschlossen wird gebaut habe ich das ding jetzt zerstört oder ist nur wer abkauen so konstruktion abgeschlossen in ordnung so wird gebaut konstruktion abgeschlossen was machst du denn da unser stützpunkt wird angegriffen ach die brauchen ja gar keinen strom die flackstellung der sowjets die brauchen ja gar keinen strom erwarte ihr in ordnung erwarte ihre befehle in ordnung melde mich wie befohlen in ordnung bestätigt bestätigt melde mich wie befohlen bestätigt bestätigt melde mich wie befohlen in ordnung sind gebaut bestätigt bestätigt einheit verloren so melde mich wie befohlen in ordnung in ordnung ja ja konstruktion abgeschlossen ja ach cool strom ist aus in ordnung so können wir ein hubschrauber nachbauen wird gebaut erwarte ihre befehle dann können wir gleich die kraftwerke darum zerstellen hier einsatzfahrzeug in ordnung äh siehlen wird gebaut konstruktion abgeschlossen wird gebaut ja konstruktion abgeschlossen in ordnung no mercy in ordnung ja ja bestätigt 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 in ordnung so na läuft ja richtig gut eigentlich hier die Mission ist ja eigentlich so gut oh guck mal komm ich so dran melde mich wie befohlen in ordnung bestätigt unser Stützpunkt wird angegriffen bestätigt kommst du da dran ja ja bestätigt ihr einsatzfahrzeug bestätigt bestätigt wir brauchen Silos wird gebaut konstruktion abgeschlossen wird gebaut konstruktion abgeschlossen bestätigt bestätigt in ordnung in ordnung das hätten wir letzte u-boot und dann haben wir die Mission durch aber da müssen wir noch warten bis der kopf ist die schiffe auch wirklich durchgefahren sind blääääh so dann brauchen wir doch auch noch mal eine Raffinerie hin ja sör dann bleibt der Zerstörer stehen ja da kommen die Schiffe konstruktion abgeschlossen wird gebaut gut der Opferbereich ist gesichert und gesäubert abgeschlossen zack dann kommen jetzt auch gleich noch zwei Kreuzer durch melde mich wie befohlen melde mich wie befohlen wird gebaut wo bleiben denn die Kreuzer konstruktion abgeschlossen wird gebaut weil es zu lange dauert wird gebaut konstruktion abgeschlossen ne da kommen die Kreuzer wird gebaut konstruktion abgeschlossen wird gebaut konstruktion abgeschlossen wird gebaut so ich schwimme förmlich im geld konstruktion abgeschlossen unser stütz ja ja als angegriffen freudigen keks wird gebaut so konstruktion abgeschlossen wird gebaut konstruktion abgeschlossen wird gebaut konstruktion abgeschlossen wird gebaut sehr schön konstruktion abgeschlossen maximal 43.000 kann ich gerade einlagern okay 43.000 bleibt lassen bringen wir das jetzt 5 3.500 passieren sie lo rein okay gut jetzt habe ich erstmal hoppla ja genug geld habe ich erst mal noch genug sielen gebaut kann das nicht schön also muss ich die reihe zu machen konstruktion also wird gebaut konstruktion abgeschlossen gut schiff ist durch okay was kann ich für missionen jetzt noch welche müssen sind wir denn gerade mission 11 da kommen noch drei mission mit inklusive der letzten und wir sind jetzt in part 12 er wird wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen als als dieser wird es bis 18 habe ich gebraucht okay mein gut ist dass die missionen so schnell vorbei ging habe ich jetzt nur zwei videos für gebraucht so der einsatz okay das reicht sogar schon so der einsatz okay Nein. 2. 3. 4. 4. 6. 9. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 26. Oh ja, es wird immer enger für die Sowjetunion. So, wir dringen noch weiter in das Gebiet der Sowjetunion ein. Mal gucken, was jetzt kommt. Aber ich glaube, jetzt kommt die Mission. Und von Essling in einem Zelt jetzt zählen, glaube ich. In so einem Gefechtsstand. Ich muss gar nicht mehr sehen, was ich da machen soll. Ja. Na, verfluchtes Wetter. Willkommen in der Sowjetunion, Commander. Alle alliierten Divisionen stehen bereit für den letzten Durchbruch nach Moskau. Aber es gibt sehr schlechte Neuigkeiten. Die Sowjets haben den Eisernen Vorhang wieder aktiviert bekommen und wollen damit unseren Angriff abschmettern. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, berichten unsere Spione, dass noch eine stärkere Version dieser Waffe in der Entwicklung sei. Ich möchte daher, dass sie die Technologiezentren der Roten infiltrieren, damit wir Informationen über diese neue Waffe sammeln können. Weggetreten. Gut. Das kriegen wir hin. Ach, dieses Video. Ja, ich erinnere mich an das Video. An das Siegesvideo. Da ist der Eisernen Vorhang. Ich habe mir selbst nie gebaut in der Kansowjet-Kampagne, weil ich den, dem Teil für ziemlich sinnlos halte. Man schafft es damit, eine einzige Einheit unverwundbar zu machen. Ah, guck mal, da sind die Schiffe, die wir gerade sicherlich gebrochen haben. Haha. Verstärkungen sind eingetroffen. Ich wollte gerade sagen. Verstärkungen sind eingetroffen. Bestätigt. Da ist der Spion. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Bestätigt. Bitte, Commander. Für Königin und Vaterlander. Oh, in der Transduktion abgeschlossen. So. Neue Bauoptionen. Wir sind geblieben. Sofort erforschen. Da ist das Herzfeld. Sehr gut. Bestätigt. Was ist das denn? In Ordnung. Ach so, die komische E-Mail von heute. In Ordnung. Ah. Bestätigt. 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 In Ordnung. Bestätigt. Okay. Bestätigt. Gut. Bestätigt. Na, wären wir durch. Ha. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ja, Sir. Wird gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Erforschen. Bestätigt. 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 In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Sag mal. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Haben wir hier irgendwo eine Kirche? In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Eine edle Spende für die Alliierten, bitte. Wird gebaut. Ja, Sir. Konstruktion abgeschlossen. In Ordnung. In Ordnung. Haben wir. Neue Bauoptionen. So, machen wir ein großkratziges Mal. Ja, Sir. Ja, Sir. Warten wir Ihre Befehle. Bestätigt. Oh, das ist aber da. Schade. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Bestätigt. Äh. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. So. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Guten Tag. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Da geht der mir auf den Sack, gell. Gut. Konstruktion abgeschlossen. Alter Kuppel. Neue Bauoptionen. Gucken, was da kommt. Ja, Sir. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Bereit zum Einsatz. Wird gebaut. In Ordnung. In Ordnung. Sofort. So. So. Aber warte, wir werden die Hele. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. In Ordnung. Okay, da kann Erz nachwachsen. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Erz kann eigentlich nicht nachwachsen. Ja, Sir. Jawohl. So, dann brauchen wir jetzt die Waffenverbände. Ja, Sir. Gut. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Wir gehen hier durch. In Ordnung. Können wir hier erforschen, was wir je so Schönes haben. In Ordnung. Bestätigt. 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 Willst du bitte zurück... Ah. Töte den Hund. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Ihr Einsatzfahrzeug. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. In Ordnung. Unser Stützpunkt wird angekündigt. In Ordnung. Wird repariert. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So. Wird gebaut. Gut. Konstruktion abgeschlossen. Dann brauchen wir mal das Kraftwerk. Wird gebaut. Abgebrochen. Erstmal das Technologiezentrum. Abgebrochen. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Für Königin und Vaterland. Ja. Entschuldigung. Oh, ich muss einen Schnitt machen und die Camber ganze Zeit aus. Scheiße. So, dann gehen wir mit den Köter da immer töten. So, dann bauen wir... Wird gebaut. Ich mache eigentlich sehr guter Erfahrung mit den leichten Panzern, weil die sehr schnell unterwegs sind. Halten zwar nicht viel aus, aber davon kann man der Masse dann mehr bauen. Geschlossen. So, zack. Dann bauen wir jetzt mal eine Waffenfabrik. Einheit verloben. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Wird gebaut. So, dann fahren wir rum. Einheit verloben. Wir fahren schon wieder zurück. Gut, dann fangen wir jetzt an den Panzer zu sammeln. Wird gebaut. Ihr Einsatzfahrzeug in Ordnung. Gut. Dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge die Mission auch schon unser Stützpunkt abschließen können. Mit Ausmacht. Ihr Einsatzfahrzeug. Mit Ausmacht. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Primärbauwerk ausgewählt. Ja, Sir. Bestätigt. So, gucken, was da ist. Wird gebaut. Melde mich in Ordnung. In Ordnung. Einheit bereit. In Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. In Ordnung. Ah, guck mal, da ist eine Twister-Schwule. Einheit bereit. In Ordnung. Bestätigt. Wird gebaut. Gut. Dann danke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hast du. Wird gebaut. た